Wie baue ich mir ein Vertriebsteam für meine eigene Social-Media-Agentur auf? Naja, der Prozess funktioniert so, dass du erstmal vorher dir im Klaren darüber sein musst, wie kannst du deine Dienstleistung streamlinen. Bedeutet, wie kannst du immer wieder in einem Fließbandprozess ein und dieselben Sachen erbringen, was die Landeseite, die Webseite, die Designs oder sonstige Dinge angeht, Werbeanzeigenschaltung, die Gestaltung der Creatives und alles, was da so dazugehört. Wenn du das alles in einen Guss gebracht hast und es konkret ist und klar wird, wie das Ganze nachher funktioniert und aussehen soll, dann gibst du dem Ganzen einen Preis. Ja, einen Preisschild inklusive einem Rahmen nach oben, was da noch geht, möglich ist. Vielleicht auch ein bisschen Verhandlungsspielraum, je nachdem, wer noch was dazu buchen möchte, falls du noch weitere Produkte hast. Das Ganze muss einfach verständlich sein, dass wenn du es deiner Freundin erklärst oder deinem Kollegen erklärst oder sonst wem, der ganz genau weiß, was er nachher im Prinzip verkaufen würde, wie das Produkt aussieht, wie es funktioniert und was der Preis davon ist. Denn am Ende, wenn du ins Recruiting gehst, bedeutet konkret, wenn du Stellenanzeigen schaltest oder jemanden aus deinem Bekanntenkreis oder von Empfehlungen oder sonst woher als Vertriebsmitarbeiter dazuholen möchtest. Und das muss niemand sein, der bereits Vertriebserfahrung hat, denn du kreierst den Prozess ja genau so, dass jeder ihn versteht und jeder ihn umsetzen kann. Sobald du diese eine Person gefunden hast, und hier würde ich dir jetzt empfehlen, konkret darauf zu schauen, was du für eine Dynamik hast in deinem Unternehmen. Bedeutet, bist du remote oder bist du im Büro? Und dann auch konkret eben entsprechend daran gerichtet, jemanden, der eher selbstständiger ist. Das heißt, wenn du remote arbeitest, brauchst du jemanden, der selbstständiger ist. Wenn du nicht remote arbeitest, dann kannst du auch mit Leuten arbeiten, die klare Anweisungen permanent brauchen, die weniger selbstständig sind in diesem Kontext. Und du kannst anfangen, mit Persönlichkeitstests zu arbeiten, zum Beispiel 16 Personalities, der Farbenlehre, dem Dark Try Test, Myers-Briggs Test und so weiter, was es nicht so alles gibt. Um dort konkret zu gucken, wer sind denn die Menschen, die starke Umsetzer sind? Das heißt also, klar zu gucken, nach Menschen zu gucken, die gut und stark in der Umsetzung sind. Keine Menschen, die zwangsläufig sehr gut führen können, sondern Menschen, die sehr gut darin sind, Befehlen zu folgen und die nachher auch umzusetzen, auch permanent umzusetzen. Menschen, die resilient sind. Das heißt, Menschen, die auch bereit sind, mal Neins zu kriegen, die viele Versuche auch bereit sind zu starten, ohne sofortige Ergebnisse irgendwo zu sehen. Also Menschen, die nicht sofort jedes Mal einen neuen Dopamin-Kick brauchen, sondern auch eine gewisse dicke Haut haben, weil die brauchst du nachher im Vertrieb, je nachdem, wie dein Prozess aussieht. So, sobald du diese Menschen nachher gefunden hast für dich, weil das ist wieder ein ganz anderes Video und Recruiting und wie es funktioniert und worauf man achten sollte, daraus kann man wirklich viel Content erstellen und ist in meinen Augen auch immer so ein bisschen individuell zu betrachten, je nachdem, was man für ein Unternehmen hat und welche Unternehmenskultur man auch tatsächlich verfolgt. Wenn man denn jetzt darauf eingehen möchte, wen sollte ich wann, wie, wo recruiten und in welche Position. Aber grundsätzlich muss der Prozess, also alles aus einem Guss, so stehen, dass es funktioniert und dass jeder einfach das verstehen kann, egal ob er Erfahrung hat oder nicht. Dann gehst du in den nächsten Schritt und hast jetzt ein Verkaufsskript. Heißt konkret, du hast sowohl ein Verkaufsskript als auch ein Qualifizierungsskript, was Wort für Wort so runtergeschrieben ist, dass ebenfalls diese Person, die Quereinsteiger ist und jetzt dein Produkt verstanden hat, den Preis verstanden hat, weiß, was du machst und wie du es machst, das jetzt auch jemandem erklären kann, der noch weniger Ahnung davon hat und zwar nachher deinen Interessenten und es ihnen so erklären oder besser gesagt verkaufen kann, dass diese nachher auch bereit sind, tausende Euro dafür zu bezahlen. So, wenn du das zusammen hast, dann kannst du jemanden nehmen, reinsetzen und sagen, so, das ist unser Produkt, unsere Produktpalette, das sind die Preise, das ist dein Spielraum. So funktioniert das, so ist der Aufbau, so ist der Ablauf. Das ist das Qualifizierungsskript, danach gehst du, um herauszufinden, ob jemand für dich ein passender Interessent ist, den du ins Verkaufsgespräch lassen solltest oder nicht. Wenn nicht, lässt du ihn nicht ins Verkaufsgespräch, wenn doch, lässt du ihn ins Verkaufsgespräch und dann im Verkaufsgespräch gehst du bitte immer genau dieses Skript einmal durch mit genau diesen Fragen, mit genau diesen Themen. Klar, dazwischen mal individuelle Nuancen, weil jedes Gespräch hat ein gewisses Individuum auch drin, aber sonst hältst du dich eins zu eins an die Geschichte und danach kommst du zum Abschluss. Hier, das sind die Vertragsunterlagen, das sind die Angebotsunterlagen, das muss alles unterschrieben werden, das muss ausgefüllt werden und dann ist der Deckel drauf. So geht dann der Onboarding-Prozess weiter und danach ist der Job erledigt von demjenigen. Und so würde ich erstmal anfangen, eine Person mit reinzunehmen und zu schauen, wie funktioniert sie, wie performt sie, wie übernimmt sie die Systeme, was kannst und musst du sowohl beim Recruiting als auch beim Führen und Onboarden dieses Vertriebsmitarbeiters besser machen. Weil du musst die Verantwortung immer zuerst bei dir selbst suchen. Egal wen du dazu nimmst und was er daraus macht, du bist verantwortlich dafür, weil entweder hast du die falsche Person rekrutiert oder du hast die Person falsch angeleitet und falsch geonboardet, falsch geführt. Das heißt also, fang mit einer Person an, die du reinnimmst und dazu nimmst, mit einem festen Commitment. Ich würde nicht irgendwelche Pseudo-Selbstständigen reinnehmen zu dir in die Agentur, sondern jemand, der auch einen Arbeitsvertrag bei dir unterschreibt nachher und bereit ist, fest und voll für dich mit dir zu arbeiten und da auch durchs Feuer mit dir zusammen zu gehen. Und dann kannst du darauf aufbauen, auf diesen Erkenntnissen den Prozess feinzuschleifen, besser zu machen und die nächste Person reinzuholen. Zu prüfen, zu validieren, kriegt das auch eine zweite Person hin. Was sind die Unterschiede? Was funktioniert, was funktioniert nicht so gut? Wie sind die Persönlichkeiten von denen? Wo muss ich was noch anpassen? Damit es noch einfacher wird, damit es noch verständlicher wird, damit es noch mehr Power und Schlagkraft hat. Und danach den dritten, den vierten, den fünften, je nachdem, wie viele Leads du hast, beziehungsweise wie viele Karl-Tag-Quise du betreiben möchtest, wie viele Kunden du in deiner Agentur generell aufnehmen könnt. Das ist mal nur ein ganz, ganz kleiner und kurzer Breakdown davon, wie du nachher dein Vertriebsteam aufbaust. Im Endeffekt ist es ein System zu bauen, was so simpel und einfach ist, dass jeder es umsetzen kann, egal wie alt er ist und wo er herkommt, dass auch selbst ein 16-Jähriger, der zwar gerade noch zur Schule geht, wüsste, wie er das jetzt verkauft kriegt, auch wenn du den natürlich nachher nicht einstellst, aber so simpel und einfach muss das nachher sein. Und dann geht es daran, die passenden Leute zu rekrutieren und in der Praxis zu schauen, was darfst du noch verbessern, optimieren und das Schritt für Schritt zu vollziehen, Schritt für Schritt zu vollziehen, Schritt für Schritt zu vollziehen, geduldig mit dir zu sein und dich darüber freuen, was für tolle Ergebnisse du nachher hast. Und in diesem Sinne, das war es auch mit der Antwort auf diese Frage. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wie du deine eigene Agentur aufbaust, klick mal ganz unten in der Beschreibung auf den ersten Link. Dort kannst du dir unser kostenloses Online-Training ansehen, wo wir dir ganz genau zeigen, wie du mit deinem eigenen Agenturgeschäft Firmen dazu bekommst, die 1.500 bis 4.000 Euro im Monat zu bezahlen. Und wenn du schon eine erfahrene Agentur bist, dann schreib mir einfach kurz eine Nachricht auf Instagram. Dann kommt unser WeWill Brands Mastermind für dich gelegen. Bis dann, dein Nick. Ciao. Bis dann, dein Nick. Vielen Dank.